Da machen wir das irgendwann, Hauptsache wir haben Frieden, wir brauchen doch nicht so ein Papier, um Frieden zu haben, finde ich. Und da ist mein persönlicher Wunsch an Spiegel TV. Ich bin hier und habe mich persönlich überzeugt, aber was ich da gelesen habe, was da oder im Fernsehen gesehen, was da drüber gesagt worden ist, das ist eine Lüge, eine Lüge, eine Lüge. Jawohl! Meine Lüge, ich sehe, ich lebe und ich erlebe es nicht. Ich erlebe die Menschen in Wieselnetz, die Mannschaften, egal, Frankfurt, Leipzig, Berlin. Ich will die alle jetzt nicht aufzählen, denn wir haben hier viel Zeit. Aber ich bin als Kind im Kommunismus aufgewachsen, als Jugendliche im Rassismus, als Mutter in Existenzangst und als Rettlerin soll ich in Armut landen. Dankeschön, Frau Merkel! Ich habe die Anweisung gekriegt, nicht viel zu sagen, sondern nur zu singen. Wir singen jetzt für den Frieden. Geht! Du bist alle willkommen, Leute, der Welt! Wir singen jetzt für den Frieden. Wir singen für Frieden. Wir singen für Frieden. Es ist die Zeit, jetzt aufzustehen und gemeinsam unsere Zeit zu drehen. Schaut nicht weg, kommt alle her, hört auf zu tun, als ob nichts wehrt. Passivität legt uns alle lang. Jeder kümmert sich um den eigenen Kram. Wir sind das Volk, wir sind die Welt. Wir haben uns heute hingesteht, um dafür zu singen, um Zeit hier zu verbringen, für diese gute Sache, die Montagsmannwache. Ja, die Montagsmannwache, die wird es auch dein Spiegelbild. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst, sagte, gönn die einmal, komm, wir halten uns ran. Wer nicht daran und nicht behandelt, imagine all the people. Imagine you and me, imagine all the people, living in peace and harmony, yeah. Veränderung, schau nicht weg, es geht dich an. Mit uns wirst du sehen, was man machen kann. Wir haben die Nacht, wir zeigen es an. Wir wollen Frieden auf dieser Welt. Frieden für alle Menschen. Jede Farbe, scheißegal. Die Montagsmannwache zeigt ihr Gesicht. Zufall. Jubel, schwung. Rufa. Jede Farbe, scheißegal. Dufa. Jede Farbe, scheißegal.